Nüchtern zu schüchtern, besoffen zu offen. Herzlich willkommen, mein Name ist Don John, professioneller Flirttrainer und Datingcoach. In diesem Video nehmen wir mal die Aussage auseinander. Was heißt es eigentlich, nüchtern zu schüchtern zu sein und besoffen zu offen? Sicherlich kennst du das schon mal, du warst mal auf einer Geburtstagsfeier oder bist mal im Club gewesen, hast dir ein bisschen zu viel, hast dir ein bisschen die Kante gegeben und hast gemerkt, hey, eigentlich ist es ganz cool, besoffen zu sein, denn auf einmal habe ich nicht mehr diese Hemmung, und diese Schüchternheit, ich kann sozialisieren, ich kann einfach auf Leute zugehen, mit denen interagieren, Spaß haben, ich bin im Moment, ich fühle mich gut und natürlich kann ich auch Frauen ansprechen, die mir gefallen und mit denen freche Scherze machen, die lachen über meine blöden Witze und ja, hier und da habe ich mit der einen oder anderen rumgemacht oder vielleicht habe ich sogar eine mit nach Hause genommen und es hat prima funktioniert, okay, vielleicht habe ich keinen hochbekommen, weil ich zu besoffen war, aber alles in allem, ich habe die Frau angesprochen und mit nach Hause genommen. Warum kann ich das nicht einfach, wenn ich nüchtern bin oder wie wäre es, wenn ich das vielleicht können würde, diesen Zustand, dass mir alles egal ist oder dass ich einfach frech bin und mich ungefiltert ausdrücke, auf Frauen zugehe, mutig bin, die anspreche und mit nach Hause nehme, wie wäre das, wenn ich das könnte, wenn ich nicht besoffen bin und was ich dir an dieser Situation erklären will ist, dass im Endeffekt diese Kernverführungsfähigkeiten jeder schon in sich trägt. Klar kann man hier und da noch viel verbessern und das Ganze optimieren, den Verfügungsprozess, aber der Kern ist in dir verankert, das hast du schon in deinem Unterbewusstsein drin, ist ja auch klar, weil die Evolution, also du bist darauf getrimmt, dich fortzupflanzen und natürlich wäre es hinderlich evolutionstechnisch betrachtet, wenn du nicht wissen würdest, wie das geht. Also viele wissen im Grunde schon, wie man Frauen verführt oder wie man seine Gene weitergibt, aber das ist einfach verschüttet im Laufe der Zeit, denn im Laufe deiner Erziehung hat man dir gesagt, hey, red nicht so laut oder hey, rede nicht mit fremden Leuten, pass dich an und du hast im Laufe der Zeit gemerkt, hey, es scheint offensichtlich nicht okay zu sein, so wie ich bin, ich muss mich verändern, ich muss mich verstellen, ich muss mich anpassen. Was den ganzen Dating-Kontext betrifft oder wenn du Frauen kennenlernen und verführen möchtest, sind diese Schutzmauer, die du aufgebaut hast oder schräg, schräg diese Hemmungen hinderlich, denn das wird dir nicht helfen, weil da geht es wieder darum, die Natur, dass du deinen Instinkten folgst und das machst du halt oft, wenn du ungehemmt bist. Beschreib mir mal kurz die Wirkung nochmal, wie, was passiert, wenn du nicht nüchtern bist, wenn du betrunken bist oder andere Drogen zu dir nimmst. In der Regel bist du mehr im Moment, du fühlst dich gut, du bist auch enthemmt. Das heißt, das alles führt dazu, dass den Dating-Prozess erleichtert, denn wenn du gut drauf bist, bist du kommunikativer und wenn du mehr im Moment bist, dann kannst du dich mehr auf dein Gegenüber konzentrieren und zusätzlich, wenn du enthemmt bist, sprichst du natürlich auch und laberst mehr mit fremden Menschen und in dem Zusammenhang natürlich auch mit Frauen, die dir gefallen und bist frech und die lachen über deine schlechten Witze, kichern und mögen dich und du merkst, hey, ich kann es doch eigentlich. Die große Frage, die sich hier stellt, ist, kannst du diesen Zustand, dass du enthemmt bist, locker, frech und einfach Spaß hast am Flirten, kannst du den, der eigentlich schon da ist, nur in deinem Unterbewusstsein an die Oberfläche bringen, kannst du den ins Bewusste bringen, um das auch zu machen, ohne regelmäßig auf Drogen zu sein oder Alkohol zu trinken, ist das möglich. Und natürlich ist es möglich und es gibt für immer, für jedes Ziel mehrere Lösungen. Es gibt zum einen kurzfristige, also schnelle Quick-Fixes, die jeder gerne haben möchte, die sind aber in der Regel nicht von Dauer und es gibt eine zeitintensivere Lösung, die dafür aber länger anhält. Was du also konkret tun kannst, ist, dass du dich stretcht, ungefähr 10, 15 Minuten, so ein kleines Stretch-Programm machst, kannst du dir einfach im Internet anschauen oder du gehst ins Fitnessstudio und machst es da und du wirst einfach darauf achten, dass du deinen Körper richtig streckst, denn wenn du das machst, kommt wieder mehr Blut und auch mehr Sauerstoff in deinem Hirn, dadurch bist du wacher, dadurch bist du energiegeladener, vor allem, wenn du den ganzen Tag in einem Büro gesessen bist oder viel kopflassig gearbeitet hast, dann muss dein Kreisloch wieder in Schwung kommen. Und wenn du dieses Stretch-Programm gemacht hast, 15, 15 Minuten, hängst du da noch eine HIT-Einheit dran, das heißt, dass du 1, 2 Minuten oder eine halbe Sekunde so ganz schnell sprintest und danach 2, 3 Minuten entspannt läufst, dann wieder 1, 2, 3 Minuten sprintest und das Ganze machst du 10, 15, 20 Minuten, je nachdem, wie eben du, wie deine körperliche Verfassung ist und du wirst feststellen, wenn du das machst, ja, sagen wir insgesamt mal Stretch-Programm plus HIT-Training, 20, 25 Minuten und du gehst danach raus und sprichst Frauen an, du hast mehr Energie, du hast mehr Power, kannst auch von mir aus auch noch ein Käffchen oder am besten noch einen grünen Tee zwischen, dass du mit viel mehr Energie rausgehst, du bist mehr im Körper, du bist im Moment und das fällt dir dadurch viel leichter, auf Frauen auch zuzugehen, die kennenzulernen und anzusprechen. Das ist die erste Sache, was du tun kannst. Die zweite Sache ist, dass du irgendwelche Insider bringst, die nur du verstehst, also du machst dich mehr oder weniger über dich selbst lustig, wenn du jetzt quasi das Image hast, du bist der seriöse Banker oder der nerdige Informatiker, dass du mal bewusst mit diesem Image sprichst, dass du, was weiß ich, den bekloppten Touristen spielst, der aus Versehen falsch ausgestiegen ist, der dachte, der wäre jetzt hier in Paris und du läufst in Frankfurt durch die Gegend und fragst nach dem Eiffelturm und die Leute schauen dich nur komisch an, sagen, hä, was ist hier Eiffelturm, du bist hier in Frankfurt und wenn du das mehrmals machst und du dich traust, das zu tun, du stehst dich, machst es aber trotzdem und aufgrund dessen wirst du merken, du hast Spaß dabei und du lässt los, du kannst gar nicht mehr ernst sein. Das nennt man so diesen Image-Bruch, dass du einfach nicht mehr die Person sein kannst, die du eigentlich denkst zu sein sondern das ändert sich, du wirst einfach loslassen, du wirst lockerer werden. Die dritte Sache ist, dass du dir eine Belohnung, dass du dich belohnst dafür, wenn du jetzt, sagen wir mal, in einer halben Stunde fünf Frauen angesprochen hast oder vielleicht kleinere Gespräche geführt hast, dass du dir dann etwas gönnst, dass du dir eine Kinokarte holst oder dass du essen gehst, wo du sonst normalerweise nicht oft essen gehst, dass du, was weiß ich, in die nächste Bar gehst, dein Lieblingsbier holst oder was auch immer es sein möchte, also eine kleine Belohnung, sodass jedes Mal, bevor du rausgehst, dein Hirn schon weißt, ah, wenn ich mich jetzt anstrengend mit Frauen anspreche, danach werde ich mir was gönnen. Das heißt, es werden mit der Zeit schon Glückshormone ausgeschüttet, wenn du auf dem Weg bist, Frauen kennenzulernen, Frauen anzusprechen. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Zum einen dein Image brechen, lustige Sachen bringen, zum anderen Stretchprogramm mit HIT und die dritte Sache ist, dass du dich quasi belohnst dafür, wenn du jetzt eine Einheit gemacht hast am Tag, dass du Frauen ansprichst. Das sind Sachen, die funktionieren sehr schnell und helfen dir dabei, die Hemmungen kurzfristig abzubauen, sodass du dann Frauen ansprichst. Ist, wie gesagt, nichts langfristiges, denn am nächsten Tag wird genau das Gleiche sein und das wird sich nicht großartig ändern. Wenn du wirklich eine dauerhafte Lösung willst, wenn das Ganze, das Ansprechen und Flirten mehr oder weniger an Fleisch und Blut übergeht, sodass du das verkörperst, dass deine Persönlichkeit sich entwickelt, dann musst du das auf einer täglichen Basis tun. Das geht nur über die Wiederholung. Wenn du jetzt, sagen wir mal, nur einmal in der Woche das machst, dann wirst du immer von diesen kurzfristigen, von der kurzfristigen Lösung abhängig sein, weil das wird anders nicht funktionieren. Wenn du etwas Beständiges aufbauen willst, dann musst du etwas anderes tun, und zwar das auf einer täglichen Basis machen, jeden Tag Frauen ansprechen, die dir gefallen, einmal die Woche in den Club gehen und das regelmäßig einüben. Und nicht nur immer die leichtesten Sachen. Wenn du es jetzt schaffst, schon einzelne Frauen anzusprechen, dann konzentrierst du dich mal, nachdem du, was weiß ich, fünf Frauen angesprochen hast am Tag, nochmal eine schwierigere Konstellation, eine Gruppe von Frauen ansprechen. Oder nachdem du fünf einfache Sachen gemacht hast, fünf einfache Ansprachen im Alltag, dass du dann mal in einer U-Bahn eine Frau ansprichst, wo eben mehr zuhören. Solche Sachen. Oder dass du jetzt, wenn du angesprochen hast, jetzt versuchst, ein längeres Gespräch aufzubauen. Oder wenn du ein längeres Gespräch schon schaffst, dass du jetzt mal versuchst, bewusst frecher zu sein, irgendwas Freches zu sagen, wo du dich sonst nicht getraut hast. Und dass du dich dann von Woche zu Woche so steigerst. Du kannst dir ein eigenes Aufgabenprogramm zusammenstellen bei uns im Coaching-Programm. Wir haben konkrete Aufgaben, die ineinander übergreifen von Woche zu Woche. Das hat eine bestimmte Logik, weil wenn du ins Fitnessstudio gehst und das Pommesärmchen hebst du ja auch nicht auf einmal 100 Kilo, sondern du tastest dich langsam ran, bauchst erstmal eine Grundmuskulatur auf und dann kann man das immer weiter verfeinern und optimieren. Und so ist eben auch der Aufgabenplan in unserem Coaching-Programm aufgebaut. Also wenn du den einhältst, dann wird es auf jeden Fall funktionieren, aber du kannst ja auch deine eigenen Sachen zusammenstellen, schauen, ob das funktioniert. Aber wichtig ist, dass du das halt auf einer täglichen Basis machst. Und du wirst sehen, das, was du täglich tust, das wird ein Teil deiner Gewohnheit. Und dann, wenn es ein Teil deiner Gewohnheit ist, hast du quasi eine Charakterentwicklung, Schrägstrich Persönlichkeitsentwicklung betrieben. Denn das ist im Endeffekt das, was Persönlichkeitsentwicklung ausmacht. Du machst neue Dinge, die du so normalerweise nie tust, auf einer täglichen Basis. Dadurch entwickelt sich eine Gewohnheit und durch die Gewohnheit wird deine Persönlichkeit geupgradet oder weiterentwickelt. Das ist die Definition von einer klassischen Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist es im Endeffekt, wenn du dann rausgehst und du willst ja nicht immer bewusst rausgehen, um Frauen anzusprechen, du willst es ja in den Alltag integrieren. Und das geht nur, wenn du eine feste Verführerpersönlichkeit entwickelt hast. Das heißt, du bist gerade einkaufen oder auf dem Weg zum Sport oder sonst wo. Du siehst eine schöne Frau, du denkst gar nicht mehr darüber nach oder denkst nicht darüber nach, ich hätte jetzt doch ein Wohrmab-Training machen müssen, dann hätte ich die Frau angesprochen, sondern du tust es einfach. Du sprichst sie an, die Frau reagiert ein bisschen schüchtern und du merkst einfach, hey, du hast eine Wirkung auf die Frau, dann taut sie langsam auf, ihr tauscht Nummern aus oder ihr geht direkt auf ein spontanes Date oder wenn es gut läuft, nimmst du sie direkt mit nach Hause. Alles möglich und du musst nicht mehr darüber nachdenken, weil es einfach ein Impuls ist, dem du sofort nachgehst. Also diese Hemmung ist mehr oder weniger weg. Und das ist der goldene Zustand, sag ich mal, in der Verführungskunst, wenn du lernen willst, Frauen anzusprechen und zu verführen, dass du nicht mehr darüber groß nachdenken musst, sondern dass das ganze Wissen in Fleisch und Blut übergegangen bist oder dich quasi befreit hast von diesen Ängsten, von diesen Hemmungen und das Ganze einfach nur noch Spaß macht. Also du weißt jetzt, nüchtern zu schüchtern, besoffen zu offen ist nicht ein in Stein gemeißeltes Gesetz. Du kannst auch offen sein, wenn du nüchtern bist, wenn du dich an diese Sache hältst, die ich dir hier in diesem Video genannt habe. In diesem Sinne, abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch nicht vergessen. Wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere die Glocke unten rechts, damit du auch kein neues Video von mir verpasst. Und wenn du Unterstützung brauchst bei der Umsetzung, weil du merkst, hey, jetzt habe ich all das Wissen, kann es aber nicht umsetzen, ich brauche jemanden, der mir dabei in den Arsch tritt, ich brauche einen Plan, damit ich weiß, wie es geht, dann ist jetzt deine Möglichkeit, dich für das kostenlose Analysegespräch zu bewerben. Entweder unter dem Video, in der Videolinkbeschreibung oder oben rechts bei dem Video, da kannst du dich bewerben, dann werden wir uns deine Bewerbung durcharbeiten und innerhalb von sieben Tagen bei dir melden und dir Step-for-Step zeigen, wie du wirklich in die Umsetzung kommst, wie du Praxis einübst, sodass du tatsächlich auch in der Lage bist, Frauen anzusprechen, zu daten und zu verführen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.